Moin Moin aus Hamburg zu einer neuen Woche von TransfermarktTV. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen natürlich am heutigen Montag zurückblicken auf das vergangene Wochenende. Da ist ja in den unterschiedlichen Top-Ligen Europas richtig viel Spannendes und Erwähnenswertes passiert. Und wir wollen zu Beginn unserer Sendung heute auf einige Spieler blicken, die ganz besonders von sich reden gemacht haben. Und wir starten in der Bundesliga. Da ist ja richtig Spannung drin. So spannend, wie lange nicht mehr ist die Liga aktuell und vor allem ausgeglichen. Und einer, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das momentan der Fall ist, ist der Spanier Paco Alcázar von Borussia Dortmund. Nach seiner Einwechslung hat er drei Tore erzielt zum 4 zu 30 gegen den FC Augsburg. Der trifft im Schnitt alle 14 Minuten in der Bundesliga. Der Leihspieler vom FC Barcelona. 81 Bundesliga-Minuten hat er erst gespielt in drei Spielen und dabei sechs Tore erzielt. Damit führt er die Bundesliga-Torschützenliste an vor dem Gladbacher Alassane Plea und Onge Duda, die beide jeweils fünfmal getroffen haben. Und außerdem dabei ist Teamkollege Marco Reus sehr weit vorne mit vier Treffern. Und Paco Alcázar hat nach dem Spiel gegen Augsburg bei Sky Sport gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich kann mir auch vorstellen, über das Jahr hinaus bei Borussia Dortmund zu bleiben. Tore sind mir wichtig, aber wichtiger ist die Freude innerhalb der Mannschaft. Der BVB besitzt ja für Paco Alcázar eine Kaufoption. Und wir machen weiter mit Kylian Mbappé, der ähnlich wie Paco Alcázar in der Bundesliga, in der Liga A richtig klasse gespielt hat am gestrigen Sonntag beim 5 zu 0 Sieg gegen Olympique Lyon. Hat der junge Franzose vier Tore innerhalb von 13 Minuten erzielt. Und damit war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass PSG in der Ligue A neun Siege aus den ersten neun Spielen geholt hat. Und er ist bei PSG gleichzeitig der vierte Spieler, dem ein Viererpack gelingt nach Ibrahimović, Cavani, Neymar. Nun also Mbappé. Dass ein Spieler fünf Tore in einem Liga A Spiel erzielt, ist übrigens seit 1980 nur einmal vorgekommen. Carlos Eduardo erzielte in der Saison 2014-2015 für OGC Nizza fünf Treffer gegen Gengen. Und auch in Italien gibt es momentan einen super Knipser, nämlich Krzysztof Piatek. Der Pole, der ja für den FC Genua spielt, der trifft und trifft immer weiter. Er hat weiterhin in jedem Pflichtspiel für Genua mindestens ein Tor erzielt. Steht momentan bei 13 Toren nach acht Pflichtspielen. Sein Marktwert liegt noch bei vier Millionen Euro. Das wird sich aber mit Sicherheit bald ändern. Krzysztof Piatek traf viermal gegen Lecce, gegen Empoli erfolgreich, zweimal gegen US Sassuolo. Er traf auch gegen Bologna und Lazio, gegen Chievo und sogar zweimal gegen Frosinone Calcio und eben auch gegen Parma. Gestern erzielte er gegen Parma die zwischenzeitliche 1-0-Führung. Am Ende verlor man aber mit 1-3. Der FC Genua steht derzeit auf Rang 11 der Serie A. Und dann wollen wir auch in die zweite Fußball-Bundesliga blicken. Der ein oder andere von euch wird es mitbekommen haben. Es gab seit langer Zeit mal wieder ein Torwart-Tor. Und erzielt hat es Raphael Gikiewicz für Union Berlin. An der alten Försterei gegen Ende des Spiels sicherte er das 1-1 gegen den 1. FC Heidenheim. Und damit Rang 2 vor der Länderspielpause für Union Berlin. Durch das späte Tor des Torwarts knackt Union eine alte Serie von elf ungeschlagenen Spielen. Jetzt sind sie saisonübergreifend zwölf Spiele ungeschlagen. Und das war das erste Torwart-Tor in der zweiten Liga seit 2015. Damals traf Martin Mennel von Erzgebirge Aue. Der damalige Gegner übrigens ebenfalls der 1. FC Heidenheim. Und dann haben wir noch ein Karriereende eines Fußball-Superstars zu verkünden. John Terry hat offiziell seine Karriere beendet. Das hat er in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Hat sich für 23 Jahre Profifußball bedankt. Der Engländer, der nach über 700 Profispielen Tschüss gesagt hat zum aktiven Fußball. In der letzten Saison spielte er ja für Aston Villa in der zweiten Liga. Und hatte da ganz knapp den Aufstieg verpasst. Aber die allermeiste Zeit seiner Karriere war er ja für den FC Chelsea unterwegs. Unterwegs wurde fünfmal englischer Meister, viermal FA Cup Sieger, dreimal League Cup Champion gewann. Je einmal die Europa League und die Champions League war dazu viermal englischer Superpokalsieger. Also insgesamt 16 Titel mit den Blues. Das ist Wahnsinn. Und er beschritt sagenhafte 702 Pflichtspiele für den Verein aus London und für Aston Villa derer 36. So kommt John Terry insgesamt auf 738 Profispiele. Und er beendet also nun seine Karriere. Trainer unter Druck. Das ist unser heutiges Top-Thema bei Transfermarkt TV. Denn bei drei internationalen Top-Klubs wackeln die Coaches. Nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei Real Madrid und bei Manchester United. Zunächst blicken wir aber auf einen Coach in der Bundesliga, den es bereits erwischt hat am vergangenen Wochenende. Nämlich Taifun Korkut. Er wurde beim Tabellenletzten beim VfB Stuttgart entlassen. Nach der 1 zu 3 Niederlage bei Hannover 96. Und nach nur fünf Punkten aus den ersten sieben Bundesligaspielen. Diesen Saisonstart hatte sich der VfB natürlich komplett anders vorgestellt. Und nun ist Korkut also weg. Und interimsmäßig wird Andreas Hinkel in den kommenden Tagen das Training leiten. Andreas Hinkel, Ex-Nationalspieler und bis zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Also er soll da zunächst einmal ein wenig Ruhe reinbringen. Die Frage ist aber, wer wird denn letztendlich der Nachfolger von Taifun Korkut am heißesten? Wird momentan Markus Weinziel. Gehandelt auf dem Markt wären aber nicht nur Weinziel, sondern auch Ralf Hasenhüttl und Markus Gießdoll, die durchaus auch als Nachfolger in Frage kommen würden. Auch bei Real Madrid sieht es nicht wesentlich besser aus als beim FC Bayern. Am Wochenende gab es die nächste Niederlage 0 zu 1 gegen den Underdog Deportivo Alaves. Den Gegentreffer gab es in der 95. Minute und viel schlimmer für die Königlichen. Zum vierten Mal in Folge haben sie keinen eigenen Treffer erzielt. Das gab es beim Verein zuletzt 1985. Ist doch klar, dass da auch der Coach Julien Lopetegui mächtig unter Druck gerät. Die Einschätzungen, wie es aussieht in der Krisensituation beim Verein aus Madrid und wie vor allem die Situation in der Trainerfrage aussieht, gibt es jetzt von Nils Kern von Real Total. Bei Real Madrid kriselt. Nach gutem Saisonstart verfallen die Königlichen aktuell wieder in alte Muster zurück, die man auch schon untersinnigt in Zidane sah. Das sind leichtsinnige Fehler in der Defensive, schlechte Offektivität in der Offensive, aber auch ein bisschen ideenloses Spiel, wo man einfach kein Mittel in den Strafraum findet. Und so, weil keiner der letzten 73 Abschlüsse ins Tor fand, blieb man jetzt schon vier Spiele in Folge ohne eigenes Tor. Da kommt natürlich Kritik am Trainer auf, aber auch an anderen Dingen. Während Julien Lopetegui sich eher unflexibel zeigt, wenig rotiert, meist gleich spielen lässt und auch seine Wechsel nicht immer nachzuvollziehen sind, laufen Modric und Varane beispielsweise ihrer WM-Form hinterher. Ramos bringt gerne mal einen Patzer und vorne, da treffen Meden-Sema und Asensio aktuell gar nichts mehr. Dazu kommt auch die Kaderbreite und nach einem mal wieder zögerlichen Transfersommer, in dem Real Madrid Wunschziele wie Mbappé oder auch Eden Hazard einfach nicht bekam. Also, Trainer, Spieler und Peres haben alle eine gewisse Teilschuld. Dazu kommt noch das Pech bei Abschlüssen, vielen Pfostentreffern, aber auch Verletzungen. Marcel und Isco tun besonders weh. An einen Trainerwechsel ist entsprechend noch nicht wirklich zu denken. Ramos sagte zum Beispiel, das wäre wahnsinnig und Otterio Sola bestätigte, wir stehen voll hinter dem Trainer. Trotzdem, die Luft wird dünner für Lopetegui, aber sein Stuhl wackelt noch nicht, auch weil Barcelona ebenso schon vier Spieltage in Folge gepatzt hat und die Ligatabelle daher eher ausgeglichen aussieht. Aber gegen Levante, Pilsen und im Klassiko am 28. Oktober, da müssen Lopetegui und seine Mann liefern Tore und Punkte. Also, Nils Kern sagt, Julen Lopetegui wird noch ein wenig Zeit bekommen bei Real. Andere Medien berichten davon, dass die Führungsetage der Königlichen heute tagt und sich bespricht, wie es weitergehen soll mit dem Trainer und ob vielleicht ein neuer ran soll. Und der momentan aussichtsreiche und fast einzige Kandidat, der eine Alternative zu Lopetegui sein könnte, wäre Antonio Conte, der seit Sommer ja nicht mehr Trainer beim FC Chelsea ist. Sein Vertrag bei den Blues läuft allerdings noch bis nächsten Sommer. Real müsste sich also um einen Aufhebungsdeal mit dem FC Chelsea bemühen, um Conte zu bekommen. Also diese Spekulation treibt die AS voran. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch über Sinedine Zidane sprechen, der ja seit Wochen mit Manchester United in Verbindung gebracht wird und seit neuestem übrigens auch mit dem FC Bayern. Aber Manchester United war zuletzt das deutlich heißere Thema, weil ja Jose Mourinho dort mächtig unter Druck steht. United hat zwar am Wochenende gewonnen in der Premier League, dennoch könnte es für Mourinho in den nächsten Tagen und Wochen eng werden. Nun hat sich Sinedine Zidans ehemaliger Berater zu Wort gemeldet, der von Zidane persönlich erfahren haben will, dass dieser nach seiner Zeit bei Real Madrid erst einmal ein Sabbatical einlegen will und gar keinen neuen Job annehmen möchte. Alain Miliaccio über die Zukunft von Zidane. Ich denke nicht, dass er nach England geht. Das ist nicht sein Stil. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und die Wahrheit ist, dass er sich davon nicht angezogen fühlt. Also er geht noch einen Schritt weiter und sagt, die Premier League interessiert Sinedine Zidane als Liga überhaupt nicht. Und er solle sich, was sein Sabbatical angeht, aktuell auch nicht mehr umstimmen lassen. Das ist also die Aussage von Alain Miliaccio. In der Transfermarktgerüchteküche ist gerade, was englische Vereine angeht, aktuell einiges los. Aber wir beginnen beim deutschen Rekordmeister, beim FC Bayern München. Seit Tagen hält sich da nämlich das Gerücht, dass der FC Bayern ein Auge auf den jungen türkischen Nationalspieler Cengiz Ünder von der AS Roma geworfen haben soll. Ünder hat in Rom noch Vertrag bis 2022 und war in dieser Saison in acht Spielen an sechs Toren direkt beteiligt. Die Wechselwahrscheinlichkeit liegt bei 16 Prozent. Und jetzt nach England. Manchester United hat offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung des Brasilianers Lucas Pacoeta. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler erzielte in dieser Saison bereits neun Tore für seinen Jugendclub Flamingo und soll dort eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro besitzen. Auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona sollen den Linksfuß verpflichten wollen. André Dozel vom englischen Zweitligisten Ipswich Town ist laut dem Mirror in den Fokus von gleich zwei Premier League Klubs gerückt. Sowohl Tottenham Hotspur als auch der FC Arsenal sollen den 19-jährigen Mittelfeldspieler verpflichten wollen, der mit Ipswich derzeit um den Klassenerhalt in der Championship kämpft. Kleiner Vorteil für die Spurs. Dozels Vater Jason spielte einst für Tottenham. Und The Sun berichtet von einem Interesse Manchester Citys an Lyons Mittelfeldmann Tanguy Ndombele. Mit erst 21 besitzt Ndombele bereits einen stattlichen Marktwert von 25 Millionen Euro und glänzt vor allem als Torvorbereiter. Seinen Vertrag bei Olympique hat er allerdings erst im September bis 2023 verlängert. Christoph Kamer von Borussia Mönchengladbach hat für Transfermarkt den siebten Bundesligaspieltag getippt. Tja, und was wollen wir sagen? Er kann sich nicht nur über den Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Bayern freuen, sondern auch über sein Tipp-Ergebnis. 49 Punkte hat der 27-Jährige mit seinen Ergebnistipps abgestaubt. Und das ist natürlich enorm stark. Also er lag tatsächlich nur bei dem Spiel Hoffenheim gegen Frankfurt mit seiner Tendenz daneben. Sonst hat er achtmal die richtige Tendenz getippt. Obwohl er kein einziges Ergebnis exakt richtig getippt hat, hat er 49 Punkte geholt. Und dann wollen wir mal schauen, wie er sich denn im Ranking einreiht. Also schauen wir zunächst mal auf das bisherige Ranking, das ja Marco Marien, der Neu-Belgrader in dieser Saison anführt mit 41 Punkten vor Thomas Hitzlsperger und Seja Zalijovic. Und jetzt kommt eben Christoph Kramer um die Ecke mit seinen 49 Punkten und setzt sich ganz an die Spitze der Tipprunde in dieser Saison, ist also der momentane Tippkönig. Und eine Statistik des Tages haben wir auch noch für euch. Da geht es um die Top-Tor-Trios in Europa. Und wir starten da mal mit dem FC Genua, der drei richtig gefährliche Angreifer in den eigenen Reihen hat. Allen voran natürlich Christoph Piatek, aber der mit seinen Kollegen Pandev und Kouame. Zusammen haben die zwölf Tore in der Serie A erzielt. Auf der vier Thauvin, Payet und Germain von Olympique Marseille. 14 Tore. Thauvin, der erfolgreichste Mann mit sieben Treffern. Siebenmal hat auch André Silva getroffen für den FC Sevilla. Und Ben Yedda und Sarabia kompletieren das erfolgreiche Tor-Trio. Auf der zwei haben wir OSC Lille, den Tabellenzweiten der Ligue 1 mit Bamba, Pepe und Cheka. 14 Tore. Und PSG ganz vorne. 21 Treffer, achtmal jeweils Neymar und Mbappé. Und fünfmal traf Edinson Cavani. Der FC Barcelona ist übrigens auf Rang 7. Der BVB auf Rang 8. Real nur 24. Und der FC Bayern gar 34. Das war Transfermarkt TV für heute. Zum Abschluss blicken wir auf die Bayern-Stars, die das Oktoberfest besucht haben. Wahrscheinlich nicht in Top-Stimmung nach den letzten Wochen. Dennoch gab es den obligatorischen Wiesn-Besuch. Und wir sind dann morgen wieder für euch da und hoffen, ihr seid mit am Start. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020